Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Und heute an meiner Seite der Torben. Hi! Hi! Diese Episode wurde inszeniert von Lee Isaac Chang. Und das ist wirklich interessant. Ich möchte ja am Anfang wie immer kurz auf die Regie eingehen. Denn dieser Herr hat sich bisher noch nie mit dem Star Wars Universum oder dem Marvel Universum oder sonst irgendwie mit einer Arbeit für Disney hervorgetan. Er führte Regie vor zwei Jahren, das war sein großer Durchbruch, bei dem Oscar-Anwärter Minari. Von daher bin ich wirklich ein bisschen verdutzt, wie dieser Herr denn hier seinen Weg dazu gefunden hat. Aber ich nehme an, er ist jemand, der dann in Zukunft häufiger für Disney Arbeiten erledigen wird. Das wäre jetzt auch nicht der erste Oscar-prämierte und nominierte Herr, der jetzt versucht, sich in einer Star Wars-Serie wie bei The Mandalorian noch ein bisschen verdient zu machen. Ich sage nur Tatawaitiki, um mal einen zu den, also den komponentesten vielleicht sogar. Ja, gutes Beispiel. Ich frage mich halt dann eben bei ihm hier, wird er sich jetzt bei Disney bequem machen? Wird er halt häufiger halt jetzt Episoden davon inszenieren? Wird er Marvel-Filme inszenieren? Also selten kommt es vor, dass jemand hier einmal kurz vorbeischaut und dann wieder verschwindet. Oder vielleicht bei, wie mit Chloe Zhao bei Eternals, aber das ging ja auch mächtig nach hinten los. Ja. Zu recht, leider muss man sagen, aber Eternals ist ein schwieriger Film. Äußerst schwierig, ja. Aber wir steigen ein und machen genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Denn Bo-Katan hat Mando aus den Quellen, aus den Wässern von Mandalore gefischt und hat Din Djarins Ritual, sich reinzuwaschen, nicht wirklich unterbrochen. Er hat es ja selber unterbrochen, quasi als er abtauchte, hinabstürzte. Sie hat ihn wieder an die Oberfläche geholt und da sah man den Mythosaurier ganz kurz. Und es kommt zu einem etwas zwielichtigen Dialog. Denn sie fragt ihn, hast du da unten irgendwas Lebendiges gesehen? Er fragt, was Lebendiges? Und sie, ach, äh, 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 schon gut. Warum wollte sie nicht mit ihm darüber sprechen, was sie da gesehen hat? Ich glaube, das hätte Mando entweder zu einer Dummheit verleitet, nämlich dann nochmal herabzutauchen und sich davon selbst zu überzeugen. Und wie wir alle gesehen haben, lebt der Mythosaurier da unten. Also wir hätten es wahrscheinlich mit einer sehr heikleren Szene zu tun gehabt, wo er wieder Hilfe gebraucht hätte eventuell. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen pragmatisch. Ey, Sinn erfüllt, du bist reingewaschen, rehabilitiert. Sei es drum. Ist jetzt Auftrag erfüllt, wir können weitergehen und uns jetzt nicht hier in Gefahr begeben. Ja, das kann wohl sein. Er hätte wahrscheinlich sofort mit Anlauf, wäre er ja da runtergesprungen, um sich selbst davon zu überzeugen. Da geht Bukatan ein bisschen mehr mit Köpfchen vor und möchte vielleicht mit einer kompletten Truppe anrücken, um sich dem Vieh zu stellen. Oder er ist gut sein lassen, weil das hat ja eigentlich nur für Mendus doch etwas, ja, religiös, radikalere Gruppe, eine mythologische Bedeutung, würde ich mal sagen, mehr als für Bukatan, die ja von Anfang an da sehr viel rationaler rangegangen ist und schon gesagt hat, hier, der Planet ist nicht verflucht und die Atmosphäre ist atembar. Das ist zwar ein riesiges Chaos, aber es ist jetzt keine Höllenwelt. Und das hat ja auch dann den Jaren herausgefunden, dass sie da recht hatte. Das stimmt, das stimmt. Nur ich frage mich halt wie immer, wann sehen wir den wieder? Und meine Spekulation und die Spekulation von allen anderen ist da eigentlich ganz klar der Showdown. Weil wir wissen, wie das ist in dieser Show. Das merkst du ja besonders immer bei dem Was-bisher-Geschah-Segment. Dann hast du auf einmal einen Rückblick in eine Episode von vor zwei Staffeln, was dann wieder ausgekramt wird. Und mit dem Mythosaurier, ich glaube, das wird jetzt für ein paar Folgen auf Eis gelegt. Und dann kommt er, glaube ich, pünktlich zum Finale wieder, habe ich so den Eindruck. Eher zum, vielleicht sogar zum Serienfinale, wenn die Serie mal ein Ende findet, das vielleicht nicht ganz so bar ist. Wenn es dann um die wirkliche Aufarbeitung von, oder den Aufbau, sag ich mal, von Mandalore geht. Und wer auch immer dann der Anführer oder die Anführerin ist, die das Volk zur neuer Blüte führt, wird dann auf diesen besagten Mythosaurier ritten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das noch eine Rolle spielen wird. Wir haben ja auch alle bei Boba Fett gesehen, wie der Typ einen Ranko geritten hat. Und wenn das schon in Staffel 1 angekündigt wird, wenn Din Djarin da auf diesen Wüstenplaneten ist und dieser Mechaniker, der von Nick Nolte gespielt wird, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber er hält es ihm ja noch vor. Ach, Quill. Quill, genau, Quill. Eure Vorfahren ritten die gigantischen Mythosaurier, da wirst du doch so ein kleines Fohlen reiten können. Also, da ist ja eigentlich schon das Foreshadowing gelegt, dass das mal passieren wird, passieren muss. Weil spätestens jetzt arbeitet man darauf hin und man wartet dann wahrscheinlich auch drauf als Fan. Stimmt. Da habe ich gar nicht weiter darüber nachgedacht, dass das schon so lange zuvor angeteasert wurde. Weil ich hatte jetzt in meinen Augen eine große Schlacht. Alle Mandalorianer stehen da und schießen auf den Mythosaurier, was das Zeug hält. Aber ja, das kann sehr gut sein. Er wird bezwungen. So a la Paul Atreides und die Wüstenwürmer, dass wir Mando darauf reiten sehen werden. Ja, okay, okay. Wird bestimmt ein cooler Anblick. Vor allen Dingen, gegen wen er wird ihn dann einsetzen. Oder Bo-Katan. Also, es geht ja immer noch für sie um die Herrschaft über Mandalore. Din Djarin hat das Darksaber, will es eigentlich nicht, weil er nicht das Herrscherhaus anführen möchte. Und Bo-Katan kommt aus einem adeligen Haus, das zwar nun knallig gefallen ist, aber sie will die Herrschaft. Sie muss nur sich irgendwie dieses Darksaber verdienen. Also, einen von beiden, bin ich mir ziemlich sicher, sehen wir dann irgendwann auf diesem Mythosaurier reiten. Wenn nicht sogar beide, wer weiß. Wenn sie nicht da irgendwann, kann ja alles sein, aber es ist eine Spekulation. Ja, das ist schade, weil die Folgen davor ließen ja darauf schließen, dass es zu einer Rivalität zwischen den beiden kommt. Was ich eigentlich nicht will. Ich mag das Geplänkel zwischen denen, ich mag die Chemie zwischen denen. Ich möchte nicht, dass dann Bo-Katan zum machtgierigen Antagonisten oder Antagonistin aufgebaut wird, die dann mit aller Gewalt das Darksaber haben will. Also, das wäre ein Twist, der würde mir sehr missfallen. Mir auch, weil, ja, du willst Akaia. Du willst keine dieser beiden Seiten verlieren sehen, wenn es damals im großen Clash kommen sollte. Ich hoffe da, dass die beiden, also, auch ihren Weg gemeinsam beschreiten werden, auch wenn, ja, wir greifen zwar jetzt mal kurz vor, wenn sie jetzt im Moment jedenfalls Teil von Mandos Kriegergilde ist, auch wenn es gerade so ein bisschen loser Waffenstillstand da ist, weil sie doch ideologisch sehr konforme, äh, sehr, ja, unterschiedliche Wege gehen. Von ihrer Auffassung, was, äh, ja, was der Weg nun mal ist. Ja, also das ist wirklich eine Dynamik, die hat ein interessantes Setup und da bin ich auch sehr interessiert daran zu sehen, wo das hinführt. Aber es führt die beiden erst einmal von diesem Planeten weg. Mando bedankt sich und dann aus dem Nichts TIE Fighter Angriff. Von wem? Wir wissen es nicht genau. Welche imperiale Flotte ist in der Nähe? Oder ist es schon die im Hintergrund lauernde erste Ordnung? Wir kriegen erst mal darauf keine Antworten. Aber wir haben eine fetzige, fetzige Raumschlacht. Und ich muss sagen, das ist aber ein richtig toller Einstieg. Aber dann, wenn man sich die gesamte Episode ansieht, kann man sich denken, warum es diesen Einstieg gab. Weil Action in dieser Episode ja eher rar gesehen ist. Aber dazu später mehr. Das hat mich aber auch gewundert, wie gut sie und wie schnell sie dann auf die Tube drücken mit einer ganzen Staffel TIE-Abfangjäger. Obwohl wir schon in einem kleinen Nebensatz erfahren, wer das sein könnte. Weil Bukatan erwähnt, dass er sich wieder mal mit ein paar Warlords angelegt hat. Und da hat ja auch den Jaren so seine Erfahrungen mitgemacht, dass die dann doch letzten Endes ein bisschen sehr verärgert sind, wenn man denen an den Karren pisst. Also ja, dass die dann auch ganz schnell mal eine Flotte hinterher schicken. Also es ist wahrscheinlich einer von diesen Warlords eben, die dann noch in der Galaxie herumschwirren. Ja, wir brauchen ja einen neuen. Ich bin mir zwar sicher, dass Moff Gideon irgendwie zurückkommt. Oder es gibt eine Szene, wo wir Moff Gideon im Gefängnis besuchen. Aber wir brauchen diesbezüglich einen neuen imperialen General. Ich meine, es gibt ja schon leichte Spekulationen, dass es sich dabei um Thrawn handeln könnte, weil er ja garantiert in der Ahsoka-Serie eine Rolle spielt. Das wäre auch schon mal ein gutes Setup dafür. Würde ich mich auch mega freuen, zumal er ja angepitcht wurde in der letzten Staffel, weil ja Ahsoka noch explizit nach Thrawn fragt, wo dieser zu finden sei, weil sie ihn ja sucht. Also da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich ein großer, großer Thrawn-Fan bin innerhalb der Star Wars Lore. Ja, bin gespannt, wer den spielen wird. Muss wirklich ein sehr beeindruckendes Casting sein. Mads Mikkelsen. Ja, warum? Die hatten wir ja schon in Rogue One. Ich weiß, aber ich darf doch mal träumen. Natürlich, natürlich. Das dürfen die nicht versemmeln. Das muss wirklich ein richtig guter Mann sein, der den spielt. Ja. Ja, wir haben eine wirklich coole Schlacht zu Beginn. Es geht zurück auf den Planeten, wo Bo-Katan ja die mandalorianische Festung hat. Mando sagt, das schaffst du nicht alleine und macht einen richtig coolen Halo-Jump daraus. Also, Tom Cruise würde sagen Respekt. Jumpt aus dem Schiff, landet unten und kann sofort auch in sein Jet gehen und eben auch die Verfolgungsjagd aufnehmen. Und nach ein paar wirklich waghalsigen Manövern und Schusswechseln sind die, es sind die Thai-Abfangjäger alle beseitigt. Doch sie kommen zurück und sie legen Bo-Katans Zuhause in Schutt und Asche. Ja, drei Thai-Bomber nutzen die Gunst der Stunde, wo die beiden abgelenkt sind und ja, machen einmal das Ding im Jahr gut und gleich. Wo ich mir auch gedacht habe, das ist verflucht riskant, wenn ihr da ohne Jagdschutz auftaucht. Die Thai-Bomber sind eigentlich für so zwei Wendige ein leichtes Ziel, aber siehe da, der Jagdschutz ist auf dem Weg und sie steuern den Nix direkt in eine angelegte Pfanne rein, kann man sich dann denken. Weil, ja, diese drei Bomber, schräg schräg die Fünfjähriger, waren nicht alleine unterwegs, wie wir dann später sehen. Was wirklich cool inszeniert ist, dass du die Flotte komplett zuerst auf Mandos Radar erscheinen siehst und wie viele das auch sind, bevor du sie dann in ihrer vollen Pracht sehen kannst. Ja. Ja, und Mando ist natürlich besorgt. Ich weiß nicht wirklich, ob er in erster Linie um Bo-Katan besorgt ist oder um die Tatsache, dass nun mal sich Grogu am Bord ihres Schiffes befindet und rät zum Ausweichen. Sie weichen aus und sagen, ich kenne einen Ort, wo wir untertauchen können. Wir können uns schon alle denken, was das ist. Vorspannsequenz. Und damit ist das erst einmal erledigt. Und dann gibt es etwas, von dem ich immer gedacht habe, wir kriegen das nie in diesen Serien zu sehen. Denn diese Serien haben sich bisher immer auf die kargen Planeten eingeschossen, weil diese kargen Planeten zu animieren im Hintergrund frisst halt nicht so viel Zeit, so viel Aufwand, so viel Rechenpower. Deswegen habe ich immer gedacht, ich meine, in der Obi-Wan-Kenobi-Serie hätte ich zum Beispiel mit diesem Planeten gerechnet. Auch da haben sie uns enttäuscht. Aber hier tatsächlich, Coruscant in all seiner Pracht. Ich habe mich wirklich sehr befreut. Ja, hätte ich nicht erwartet, dass wir den mal wiedersehen werden. Also, dass wir ihn wiedersehen werden. Irgendwo, klar, aber jetzt nicht innerhalb von The Mandalorian. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allen Dingen Coruscant unter der Neuen Republik. Und du siehst wirklich da das blühende Leben und was da alles abgeht. Und das ist schön, Coruscant erblühen zu sehen und mal nicht in einer Situation der Krise oder mitten im Krieg. Es hat sich wieder gefangen. Es ist wieder das diplomatische große Zentrum innerhalb der Neuen Republik. Und sie nehmen sich auch weiterhin die Verantwortung raus oder ja, kann man schon sagen, indem sie versuchen, ein bisschen Ordnung in das vom Bürgerkrieg verwirrten Chaos zu stiften, indem sie unter anderem ehemalige imperiale Soldaten, Offiziere, Angehörige unter ihre Fittiche nehmen und versuchen, sie zu resozialisieren. Was ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz finde, das aus dieser Richtung anzugehen. Absolut. Denn man muss ja im Gegensatz zum Imperium humaner vorgehen. Bedeutend humaner. Und da haben wir auch gleich das erste Beispiel. Jemand, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hatte. Jemand, der zum Wofgedien gehörte. Und seit seiner Verhaftung nicht mehr gesehen wurde. Aber da ist er. Dr. Penn Pershing. Derjenige, der an Grogu experimentierte und sein Blut entnahm, steht da vor dem Senat und erklärt sich, bedauert seine Taten. Und ihm wird vergeben. Und er darf eben auch dort eine neue Stelle antreten. Nämlich im galaktischen Amnesty-Zentrum. Wo er für medizinische Zwecke wahrscheinlich forschen wird. Sowas in der Richtung. Er begleitet uns schon seit Staffel 1. Als Handlanger des Auftraggebers. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie Werner Herzogsrolle hieß. Jedenfalls war das der Auftraggeber, der Mando damals eben geschickt hat, um Grogu zu fangen, weil er diesen haben möchte. Das war dieser, auch ein imperialer Warlord, der zum Hauptantagonisten von Staffel 1 wurde, bevor Moffgedien ihn dann ablöste. Ja, und ich kann nur sagen, ich vermisse Werner Herzog zutiefst. Ich kann mir vorstellen, er hat in diesem Punkt seines Lebens anderes mit seiner Zeit vor, als dauerhaft in einer Star-Wars-Serie mitzuspielen. Aber mein Gott, der Mann hat eine Stimme, die ist wie geschaffen für Show. Und das war göttlich, ihm zuzuhören. Bounty hunting is a complicated profession. Wundervoll. Er hat so eine schaurig-schöne Stimme, so diabolisch. Die kann als lieber Märchenonkel funktionieren. Ich empfehle dafür die Klaus Kinski-Dokumentation, mein schlimmster Feind oder mein liebster Feind. Das ist großartig, die über die gemeinsame Zeit der beiden berichtet. Da höre ich ihn sehr gerne zu, aber ich höre ihn auch sehr gerne als Bösewicht reden. Bei Jack Reacher ging er mir ein bisschen zu harsch allher. Und da bin ich aber auch aus dem ganzen Film nicht wirklich schlau raus geworden. Da war er mir zu platt. Aber hier bei Mandalorian Staffel 1, da hat es gepasst. Da war der Typ auch so eine richtig schön fiese Meme-Cut. Denn manchen Leuten siehst du es einfach an, dass sie böse Menschen spielen können. Die müssen gar nicht viel machen, die haben es einfach. Bei Jack Reacher hattest du den Eindruck, er ist ein verunglückter Bond-Schurke. Er ist irgendwie im falschen Film. Aber ist halt wirklich so, das wirkt da einfach so drüber gesetzt. Und wir brauchen da jetzt mal so einen, oh ja, gibt ihnen am besten noch einen deutsch-österreichischen Hintergrund. Das ist ja immer gut für Action-Bösewichte, wenn es dann darum geht, einen super Agenten zu schlagen. Alles klar, okay, gut, nein. Es war jedenfalls sehr amüsant. Ja, Werner Herzog, du fehlst uns. Vielleicht kann man dich ja anders irgendwie mal wieder zum Leben erwecken. Oder dich auch in einer Timeline davor in anderen Shows und Filmen wieder auftreten lassen. Ich würde es sehr begrüßen. Warum nicht? Da könnte man ja auch eine Verjüngungskur ansetzen. Wir wissen alle, was mit einer CGI-Maske möglich ist, seit Rogue One und Grand Moff Tarkin. Ja, mal besser mit besseren Resultaten, mal schlechter mit anderen Resultaten. Ja, gut, aber wir haben uns alle gefreut, Tarkin wiederzusehen in dem Moment. Ja, schon. Ja, und dann macht die Episode etwas, was noch keine Mando-Episode zuvor gemacht hat. Sie wird zu Andor. Nein, kleiner Spaß. Also, es fühlt sich fast schon irgendwie so an. Denn an dieser Stelle versteht man auch, warum hier scheinbar der Minari-Regisseur zum Punkt kommt und kein Comic-Sci-Fi-Action-Affiner-Regisseur. Denn das Tempo wird ordentlich gedrosselt. Und wir verbringen den kompletten Mittelteil der Episode mit Dr. Pershing. Ich war zunächst ein bisschen irritiert, ganz ehrlich. Ich habe mich gefragt, warum kann man das nicht als Nebenplot abhandeln, während wir gleichzeitig sehen, was Mando macht. Aber nein, wir sehen Mando und Bo-Katan erst im letzten Drittel der Episode wieder. Wie fandest du das insgesamt von der Struktur her? Ich muss sagen, es wirkte ein wenig viel am Platz. Nicht, dass der Handlungsstrang mit Dr. Pershing und Elias Kane, die sehen wir auch noch, auch ehemals rechter Hand von Moff Gideon, uninteressant gewesen wäre. Sondern es wirkte schon ein bisschen, als wollten sie hier wahrscheinlich noch eine Nebenstory kreieren, die vielleicht sogar einen Serienableger kriegt. So fühlte es sich teilweise an. Wird es jetzt hier so ein Pershing-Reloaded-Ding? Oder kriegt Elijah Kane nochmal eine kleine Serienadoption? Weiß man ja nicht. Keine Ahnung, was Disney noch in der Pipeline hat. Es ist zwar einiges gepitcht, aber die ganzen großen Pläne wissen wir alle ja nicht immer bis zur Gänze. Deswegen wusste ich stellenweise nicht, was soll das denn? Es ist zwar schön, auch mal zu sehen, was geht so neben Mando und so in der Galaxis ab. Was passiert nach dem Bürgerkrieg mit den einzelnen Elementen und den Strukturen? Aber ich fühlte mich eine Weile so ein bisschen nicht verloren. Aber ich musste mich erst mal zurechtfinden, sagen wir es so. Wie war es bei dir? Ja, also wäre es jetzt eine Figur gewesen, die wir besser kennen, mit der wir mehr Zeit verbracht haben. Nehmen wir mal an, es wäre eine Episode komplett über Bo-Katan oder meinetwegen auch über die Anführerin der Mandalorianer. Da könnte ich mich eher mit anfreunden. Aber Dr. Pershing? Also da muss ja wirklich aus diesem Handlungsstrang muss was richtig Großes entstehen. Weil ansonsten wäre das ja reine Zeitverschwendung, dem so viel Zeit zu geben. Und ich finde ihn als Figur und auch seine Hintergrundgeschichte wirklich leider nicht interessant genug, um hier so in einer Episode so ein Experiment zu wagen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was sie jetzt wollen mit ihm, zumal wir sehen ja, was mit ihm geschieht. Und wie viel ist denn von dem Herrn noch übrig, wenn er da gebrutzelt wurde auf dem Stuhl? Genau, aber wollen wir erst mal nicht vorgreifen. Ja, Dr. Pershing spaziert ein bisschen herum, unterhält sich mit Leuten über das, was da passiert ist. Alle sind sehr angetan von ihm. Und dann trifft er auch später die andere Crew der Amnesty-Einrichtung. Alle stellen sich vor und alle haben keinen Namen, sondern einfach nur Dienstnummern. Was ich in der neuen demokratischen Republik der Galaxis ein bisschen entwürdigend und unmenschlich finde. Aber na gut. Ja, sie haben sich halt noch keinen gemacht. Wir sehen es ja in Clone Wars, wo ja die Klone immer wieder Namen bekommen haben, Spitznamen von den Generalen und ihren Offizieren, um sie unterscheiden zu können. Aber den muss man sich halt auch erst verdienen. Diese Rehabilitierungsmenschen oder Mitglieder müssen sich wahrscheinlich erst noch unter den Publikennamen machen, ehe sie dann aus diesem Programm entlassen werden und dann wieder als voll integrierte Bürger sich was aufbauen dürfen. Gut. Soweit konnte ich da jetzt nicht vorgreifen. Dafür reicht mein Insiderwissen nicht aus. Das ist jetzt auch eine Spekulation von mir. Das konnte ich jetzt einziges diesen Nummern entnehmen. Nein, das macht absolut Sinn. Ja, es wird ein bisschen darüber geplaudert und Dr. Pershing erkennt eben die von dir schon genannte Miss Kane wieder, die eben auch unter Moff Gideon diente. Aber die Spannung wird sofort gelöst, denn man plaudert ein bisschen locker darüber, was man denn vermisst aus der Zeit von damals. Und Dr. Pershing sagt, Kekse. Im Ernst. Ich meine, er hätte sonst irgendwelche besonderen Vorteile nennen können, die man hat, wenn man dem großen mächtigen Imperium angehört. Aber er mochte am liebsten, dass es immer Kekse gab. Okay, der Mann hat sich immerhin seine Unschuld bewahrt. Das ist ja schon mal was. Ja, wer mag es nicht, nach einem 30 Kilometer Marsch mit Marschgepäck die guten Hartkekse-Panzerplatten von der Bundeswehr noch zu knuspern. Also, ja. Werdet man wissen, was ich meine. Man muss über den Silberstreif am Horizont sehen. Die Kleinigkeiten. Wobei ich sagen muss, die Schokacola, die mampfe ich noch heute. Die ist lecker. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für Marken sind. Das ist einfach Vollmilch bzw. Zartbitterschokolade mit Koffein durchgesetzt. Und das ist in so kleinen, runden Aluminiumbüchsen, in so mundgerechte Häppchen kann man die sich einverleiben. Und die sind eigentlich ganz bekömmlich, meine persönliche Meinung. Das klingt deutlich besser als die Kekse, die von denen Dr. Pershing so schwärmt. Denn er bekommt sie vor seine Tür gestellt. Wir sehen ihn in seinem Apartment. Es klopft an der Tür. Er macht auf. Niemand steht da. Und ich habe jetzt irgendwie mit einem Angriff oder mit einer Entführung gerechnet. Aber nein, wie gesagt, das ist keine typische Mandalorian-Episode. Hier nimmt man sich deutlich mehr Zeit. Da steht einfach eine Schachtel mit diesen Keksen auf dem Boden. Und die er auch gerne annimmt. Und nicht ganz ohne Hintergedanken, wie man sich denken kann. Weil jeder erzählt so ein bisschen, was einem gefehlt hat. Der eine mag die gelben Kekse, der andere die roten. Und es wirkt so ein bisschen, ja, ob er erzählt vom Krieg mit seinen Veteranen, so beim Veteranentreffen eben. Aber es ist dem Ganzen zu entnehmen, dass das wohl nicht so ein fröhliches Wiedersehen ist, wie es den Anschein haben soll. Weil dafür wirkt Elijah Cain auch beim Tischgespräch etwas zu interessiert an Dr. Pershing. In der Tat. Und am nächsten Tag sehen wir Dr. Pershing bei der Arbeit. Er hat Sachen zu archivieren. Er bekommt noch mehr Sachen zum Archivieren. Er sagt, er ist ein bisschen im Hintertreffen. Das übliche Geplänkel. Aber es gibt eine schöne Überraschung für ihn, denn er hat ein Quasi-Date mit ihr, wo sie Space-Eiscreme essen. Ich weiß nicht. Man hätte da irgendwie ein Nahrungsmittel nehmen können, das ein bisschen außerirdischer ist. Sie nennen es auch noch Eis. Leuchten des Eis, ja. Leuchten des Eis, hätte es irgendwas anderes sein können. So ein Neon-LSD-Eis, ja. Ja. Das sah schon irgendwie aus, als wäre es eine Substanz, die deine Sinne erweitert. Dann brauchen wir was Harmloses. Ja, es ist nur Eis, es ist nur Eis. Nichts weiter, nichts weiter. Ja. Ja, und sie haben ein, sie haben ein, sie reden über dies und das, was sie so damals beschäftigt hat. Und sie kommen an einen riesigen Stein. Jetzt musst du mir da mal kurz helfen, weil das hat mir irgendwie gar nichts gesagt. Was, was war mit diesem Felsen, der da ausgestellt wird? Das wirkte für mich wie so eine Felsspitze eines hohen Berges. Aber ich bin auch nicht so ganz draus schlau geworden. Es war wie ein Denkmal von wegen, ja, das ist der höchste Teil von irgendwas. Jetzt ist er begehbar für jeden. Und, ja, wie gesagt, ich konnte mir da auch nicht so ganz einen Reim drauf machen, was das jetzt für eine, für eine Spitze war. Es wurde gesagt, dass es die Spitze des höchsten Berges von ganz Gorosan sei. Und das wird dann einfach so in so einer Fußgängerzone ausgestellt, dass es jeder mal berühren kann. Ist ein bisschen seltsamer, ein bisschen seltsames Konstrukt. Ja. Wir haben gerade viele Jahre Krieg hinter uns. Wir stellen aus an Kunst und Kultur, was wir eben haben. Da muss ich erst mal wieder was anreichern können. Ja, sie spielt ihm einen kleinen Streich. Er denkt, er kann es anfassen. Da kommt aber ein Druid, der sagt Nein und nehmen sie ihren Müll weg. Und die beiden haben eigentlich einen recht vergnüglichen Abend. Und dann geht es um etwas, was sie an sich bringen wollen, was aber gelagert ist in einem ehemaligen stillgelegten Sternenzerstörer. Mir ist irgendwie komplett entgangen, was die beiden sich da holen wollten. Eigentlich um, also Laborausrüstung, so viel weiß man, so viel erfährt man auch. Da es in dem Vortrag, den Dr. Pershing gehalten hat, ja unter anderem um Klonerei ging. Er erzählt von seinem Schicksal, dass er seine Mutter verloren hat. Und dass es mit so einem einfachen Verfahren wie Organklonen ein leichtes gewesen wäre, seine Mutter zu retten. Und Kane platzt ja da rein und setzt sich da auf diesen Balkon und lauscht dem Ganzen. Und ich vermute, dass die Ausrüstung aus diesem mobilen Labor etwas mit Klonerei zu tun haben könnte. Das ist so meine Vermutung dazu. Klonerei spielt ja auch immer wieder eine Rolle innerhalb der Star Wars Lore oder des Universums. Egal ob jetzt Legends oder Canon. Deswegen vermute ich einfach, dass das eine Rolle spielen soll. Keine Ahnung wieso, aber es wird ja auch mit der kaminuanischen Klontechnologie, auf die wird ja auch angespielt in diesem Vortrag. Deswegen glaube ich einfach, dass es damit was zu tun hat. Genau. Das fand ich gut auch in seinem Vortrag am Anfang, dass er die Kaminuaner genannt hat, die ja sehr viel Ahnung haben, wenn es um das Cloning geht. Wie können wir so ein bisschen Verweise auf das, was wir kennen und was das Ganze auch so zusammenhält einfach. Fand ich gut, dass man die Kaminuaner genannt hat und nicht irgendeine andere Rasse. Ja. Ja, die beiden wollen sich dann noch auf den Weg dorthin machen. Und sie machen es, wo wir schon bei dem lustigen Ice-Date waren, mit dem Star Wars Pendant zum Schwarzfahren mit der Bahn. Oh ja. Man hätte irgendwie was Abenteuerliches erfinden können, was die beiden meistern müssen auf dem Weg dorthin. Sie betreiben ja schließlich eine Art Einbruch. Aber nein, sie schleichen sich in eine Art Public Transportation, für die sie praktisch keine Tickets haben und müssen dann ständig von Waggon zu Waggon springen. Das ist so... Fand ich jetzt als Action-Einlage unfassbar lame. Ich muss es auch sagen, es war so unfreiwillig komisch. Was wären so schlimm daran gewesen, dann zwei Credits 50 oder was in den Automaten zu schmeißen und schon hast du dein Ticket und sie kommen da ganz ohne Aufsehen durch und steigen dann einfach nah außen, den Rest laufen sie. Das wäre wesentlich unauffälliger von sich gegangen für diese Top-Secret-Aktion, die brandgefährlich ist. Es ist nicht nur lebensgefährlich, von dem gefahrenen Zug zu springen, sondern halt auch, ja, dir werden ja sämtliche Privilegien entzogen, wenn du erwischt wirst, weil du was Höchstkriminelles da gerade anstellst. Exakt. Und die beiden haben ja nun mal auch hochrangige Jobs. Ich glaube nicht, dass das eine Kostenfrage war. Also die müssen nicht darauf warten, dass in der Star-Wars-Galaxie das 49 Credits-Ticket eingeführt wird. Ja, genau. Sie machen das aber jedenfalls, springen vom Zug, das ist eine ganz knappe Angelegenheit, und dann finden sie ihn mit einem relativ niedrigen Zaun abgesperrt, ein kompletter Sternzerstörer. Aber gut, wer rechnet denn auch damit, dass da zwei einbrechen wollen? Also die Lowest Security hier, das Lowest Security Level, kann man irgendwo verschmerzen. Das ist kein allzu großer Logikfehler, weil niemand will mit einem kompletten Sternzerstörer abhauen. Erstens, zweitens, sind Schrottplätze heutzutage irgendwas bewacht? Großtechnisch, ich glaube auch nicht. Also wenn du da rein willst, kommst du da rein. Es ist halt ein gigantischer Schrottplatz, wie ihr später auch noch in den Credits sehen, sehen wir ja immer diese Gemälde, diese Artist-Bildungen von den Höhepunkten der Folge. Und da sehen wir ganze Flirten von Sternzerstörern. Also das ist ein riesiger Raumschiff-Friedhof, wie er mich ein bisschen an Jeddahfall-Norder erinnert hat, muss ich sagen. Wenn sie da diese riesigen Schiffe da ausschlachten und gucken, was davon noch zu gebrauchen ist, fand ich schon, also die Vorstellung davon war schon fett, muss ich sagen, immer im Kopf. Und ja, war visuell doch ein schönes Bild, hat für eine Menge Atmosphäre gesorgt. Ja, sie kommen in das Schiff, sie finden die Ausrüstung, sie sind immer noch ein bisschen, es wirkt immer noch ein bisschen zwiespältig. Also auch wenn Cain sich große Mühe gibt, ich habe ihr die komplette Folge über nicht vertrauen können und das wurde in dem Schiff auch nicht besser. Und dann hören sie ein Geräusch und treten die Flucht an. Und dann der Scheinwerfer an, sie werden verhaftet und es kommt dazu, was wir alle schon vermutet haben. Sie hat ihn benutzt, es war kein komplettes Setup, sie hat sich diese Technologie zum Eigen gemacht und Dr. Pershing wird als der alleinige Dieb bloßgestellt und verhaftet. Wo ich mich frage, hat sie diese Aufgabe bekommen von Leuten aus der Republik? Das kann ja nicht sein. Aber sie wird ja überhaupt nicht verhaftet. Das heißt, die Leute, die ihn da verhaftet haben, wussten davon. Wenn sie aber eine Spionin ist für die Erste Ordnung oder für Moff Gideon, dann dürfte die Republik ja sie dann auch eigentlich sofort verhaften müssen. Ich konnte nicht ganz dahinter steigen, warum sie einfach so mit dem Koffer weggehen konnten. Ja, das hat mich auch mit einem Fragezeichen zurückgelassen, dass sich keiner im Nachhinein dafür interessiert hat, was genau wolltet ihr eigentlich da drin? Dass du vielleicht sogar von der Neuen Republik auf den angesetzt wurdest, weil Pershing ja als Wissenschaftler schon vielleicht mit ein bisschen tieferen Wissen auf vieles so ein bisschen anvertaut wurde. Das kaufe ich ja noch. Aber was genau wolltet ihr da? Was ist in diesem Koffer drin? Mit was hast du ihn da bitte geködert, dass er seine Ideale jetzt schnell über den Hauf geworfen hat? Dass sich dafür gar keiner interessiert? Also entweder höchste Kreise, dass jetzt schon hier die Neue Republik unterwandert ist mit irgendwelchen Spionen oder einfach verpennt. Theorie bestätigt, Pershing ist nicht zu trauen, Thema beendet. Aber das ist... Naja gut, er ist auch ein bisschen zu naiv. Er lässt sich sehr schnell von Cain-Ködern, muss man sagen. Das ist, ähm... Ja... Ach nee, das ist... Dafür, dass er so ein intelligenter Mann ist, lässt er sich da ein bisschen sehr schnell von ihr da einwickeln. Nur mit ein bisschen Space-Eis und mit der Aussicht auf ein kleines Abenteuer, weiß ich nicht. Ja, man hätte das leichter erklären können, wenn sie ihm... Hast du vorher auf der Prometheus gearbeitet, von dem, äh, von Scott-Film? Also, du hast deine Probleme, so einen Berg zu streicheln, aber Raumschiff-Eindruck ist kein Problem. Hier, Prometheus einfügen, ich hab Angst vor der Leiche, aber so eine Space-Schlange, die kaul ich doch mal, das ist doch eine gute Idee. Exakt. Und der Typ, der, äh, dafür da ist, ähm, nehm, sich in Höhlen zurechtzufinden, ist derjenige, der sich in der Höhle verläuft. Aber Gott, wenn wir jetzt mit Prometheus anfangen, sitzen wir morgen noch hier und haben gewaltige Kopfschmerzen. Ja. Ja, es hätte irgendwie mehr Sinn gemacht, wenn sie ihm so richtig, ne, schöne Augen gemacht hätte. Aber vielleicht will man bei Star Wars nicht so sensual werden. Keine Ahnung, aber... Äh, noch nicht. Noch nicht, nein. Wir werden, wir werden, wir... Ich meine, hey, in Andor wurde ja sogar Prostitution eingeführt, aber bei Mando ist das so eine Sache, mit sowas einzuführen. Aber ich hätte das eher kaufen können, wenn sie sich Dr. Pershing ein bisschen angebiedert hätte, hat sie aber nicht. Sie war einfach nur freundlich. Und ja. Ja, das ist irgendwie wenigstens Interesse für wissenschaftliches Heuchteln. Vielleicht mit ein paar Fachausdrücken um sich werfen, dass man so ein bisschen halt das Vertrauen sich erschleicht. Oder so, dass sie jetzt dadurch körperlich geworden sind, meine Güte geschenkt. Äh. Star Wars kommt da mit Sicherheit nochmal aus dem Quark. Also von Jabba's Tänzerin angefangen bis hin zu Prostitution in, äh, in, ja, Andor. Das wird schon, gibt denen Zeit. Aber hier so ein bisschen mit, hier hast du Bock auf Wissenschaft. Nee, lass mal. Aber hier, komm, kriegst du auch ein paar Kekse. Hm, okay, was soll passieren? War ein bisschen zu plötzlich. Das ist, das musst du dir mal wirklich mal überlegen. Würdest du das eins zu eins in die Realität übertragen, die Story? Da hast du einen verdammten Wissenschaftler, der lässt sich bestechen mit Eis, Keksen und die Aussicht auf ein bisschen Nervenkitzel. Grundgütig. Ja. Ja, gut. Sonst lassen wir das mal so. Vor allen Dingen, wir wollen ja wissen, was dahinter steckt. Vielleicht gibt es noch eine verdammt gute Erklärung dafür. Wir haben ja keine Ahnung. Okay, das, das, das Netz, äh. Genau. Das Netz breitet sich ja noch aus. Die Karte breitet sich ja noch aus. Ich meine, es wird immer denen hier vorgeworfen, die hätten keinen Plan. Aber ich habe das Gefühl, die haben sich das zu Herzen genommen und spinnen jetzt irgendwie auch ein Netz, was sich ja über mehrere Serien strecken wird. Also ich denke schon, dass, äh, Jon Favreau nicht einfach nur, ich schreibe jetzt hier meine Episoden, so als würde ich mit meinen Actionfiguren spielen, so wie es in Staffel 1 und 2 der Fall ist. Ich glaube schon, wir haben jetzt hier auch ein bisschen mehr Interconnected Storytelling, das auf uns wartet. Ich hoffe es. Also nicht umsonst überschlägt sich das Netz nach jetzt schon drei Folgen Mando und sagt, hier, die Serie hat mehr Liebe zum Detail als Episoden 7 bis 9 und das sollten sich Abrams und, äh, Dingen hier, der Episode 8 verbrochen hat. Brian Johnson. Ich habe jetzt seinen Namen. Danke. Johnson, ähm, sollten sich das mal zu Herzen nehmen und so weiter und so weiter. Also das Netz geht ja gerade echt steil. Irgendwo von Episode zu Episode. Und irgendwo auch zurecht. Das ist ja das wirklich Interessante. Denn seit einiger Zeit kursiert ja schon die, die Theorie, wird Mando in der Lage sein, oder generell die anderen Serien, die noch kommen, Ahsoka oder was auch immer, die Serien, die in diesem zwischen Episode 6 und 7 Zeitraub spielen, werden die in der Lage sein, die Plotholes zu stopfen und einem so viel an Informationen geben, dass wenn du dann mit Episode 7 anfängst und du guckst das so, äh, in der Timeline chronologisch, all die Informationen hast, die dir Episode 7 ja nicht gegeben hat. Du weißt nicht, wie da der Zustand der Galaxis ist. Du weißt ja nicht, wie schnell die erste Ordnung so groß werden konnte und warum die neue Republik nicht wirklich alles einsetzt, was sie hat, um sie zu bekämpfen. Das waren die großen Kritikpunkte beim Kinostar 2015 und das sind sie nach wie vor. Da fehlt einfach eine ganze Menge an Erklärungen und werden die Serien, die wir hier haben, in der Lage sein, das zu unterfüttern, so gut es geht. Da bin ich gespannt drauf. Das werden wir sehen. Ich hoffe mal, dass sie nicht alles auf dem breiten Buckel von Mando auswalzen werden, weil dieser Taktik, sofern sie gefahren werden sollte, können sie auch gewaltig ins Knie schießen. Ich hoffe mal, dass sie sich eine andere Serien, jetzt zum Beispiel Endor auch nehmen werden und dann somit ein bisschen diesen Nährboden dafür plausibel zubereiten können und das nicht zu sehr wieder so an Hana beiziehen, sondern einfach mal losgelöste Geschichten weg von der Skywalker-Saga erzählen, weil wenn sie das hinkriegen, dann schaffen sie es ja meistens auch eine gute Geschichte zu erzählen, eben was Eigenständiges, das, was Disney ja immer wollte. Wir wollten ja immer was Eigenständiges machen und weg von Legends, was ja heute Legends ist. Ja. Und nicht nur schlecht kopieren und lassen wir uns überraschen. Das ist ein verdammt gutes Argument. Ich meine, die haben am Anfang die Hilfe von George Lucas komplett abgelehnt. Die haben seine Entwürfe und Ideen für eine Sequel-Trilogie mehr oder weniger in die Tonne gekloppt. Und dann machen sie nicht wirklich was Eigenes, sondern ruhen sich die ganze Zeit darauf aus und kehren selber immer wieder zu Vertrautem zurück. Das ist wirklich da der ganz große Widerspruch, ja. Ja. Und den Vorgleich müssen sie sich auch immer wieder anhören, auch zu Recht, weil erst die großen Töne spucken und dann halt genau das Gegenteil tun. Ich meine, da, sorry, wäre es bei sieben bis neun geblieben und hätten wir ab da nur so ein Mist bekommen. Ich fand jetzt auch Obi-Wan nicht so prickelnd. Auch Boba Fett hat mich weitgehend in vielerlei Hinsicht kalt gelassen. Also, was wir bekommen haben, war so schon der große Anteaser auf Mando 3. Also, wäre es bei sowas geblieben, muss ich sagen, hätte ich mich weiterhin gefragt, Mensch, Disney, was wolltest du jetzt nur mit Star Wars bitte machen? Warum hast du jetzt vier Milliarden dafür hingelegt? Also, da hättest du es auch bei Lucas lassen können. Da ist es, also, aber okay, solange da halt auch was Sinnvolles bei rumkommt, und da kam jetzt einiges auch, also, seit Disney das Ding gekauft hat, kam ja sehr viel zu einem schon lebenden Franchise raus, und sie waren ein paar Mal hart dabei, das Ding zu versenken, also, ja, zum Glück haben sie es nicht ganz hingekriegt, sondern, machen es trotzdem immer noch interessant. Die beste Metapher oder Erklärung dafür, die ich jemals gehört habe, ist, stell dir vor, so ein Wohnwagen lebender White Trash Typ gewinnt in der Lotterie, das ist, und er schmeißt mit dem Geld um sich wie ein Wahnsinniger und ist innerhalb von einem Jahr pleite. So kommt es einem so vor, dass Disney so mit dem Star Wars Franchise umgeht. Wenn sie es innerhalb von drei Jahren geschafft hätten, eines der größten Franchises, also quasi die Bismarck des Fantasy, Science Fiction Franchises nach Star Trek im Alleingang zu versenken, dann, ja, aber der White Trash Vergleich war auch nicht schlecht. Naja, gut, wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich meine, es ist ja jetzt Vorsicht geboten. Sie werden nicht mehr sinnlos zehn Projekte auf einmal in Produktion geben, weil sie glauben, der Star Wars Name alleine, der trägt alles über die Ziele gerade. Die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Wir werden es sehen. Ja, Dr. Pershing wird verhaftet und wird dann daraufhin an eine Anlage angeschlossen. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil da kamen wirklich eben so diese, was ich ja gut finde an Episode 8 diese Grautöne zur Geltung. In Episode 8 ja verkörpert durch DJ, dieser Typ, der an beide Seiten Waffen verkauft hat. Und hier fand ich das dann auch ganz gut, wo Dr. Pershing wird an dieser Anlage angeschlossen und sein Gedächtnis soll gelöscht werden und es wird ihm verkauft wie eine angenehme Erfahrung. Sie wird ihm helfen, danach geht es ihm besser, obwohl das etwas ist, was das Imperium auch machen würde. Und er sagt es auch, noch wollt ihr mein Gedächtnis löschen. Nein, mein Sohn, wir sind doch nicht das Imperium. Wir werden dir nur helfen, dass du dich besser fühlst und schlimme Dinge vergisst. Und das gefällt mir wirklich gut. So diese manipulativen Seiten, die eben auch die angeblich Guten an sich haben und sie geben ihm einfach nur einen anderen Namen. Also da ist man eben, hat man das gut-böse Schema interessant ein bisschen aufgelockert und hat eben hier auch die Grautöne mit einfließen lassen. Ja, definitiv. Wir erfahren, dass es aus imperialen Kreisen ein sogenannter Gedankenschinder ist und das klingt schon nicht wirklich einladend, diese Bezeichnung. Auch wenn, ich weiß jetzt nicht, wie der Doktor hieß, es ist ein Mont Calamari, also von derselben Spezies wie Admiral Ackbar auch, der hier die Leitung dieses Eingriffs übernimmt und der sagt, mein Sohn, wenn du aufsachst, bin ich hier und wir haben das Ding auch modifiziert. In der Light-Version, die wir hier anwenden, da passiert dir nicht so viel. Es wird von den meisten sogar als sehr angenehm beschrieben. Du entspannst dich, siehst ein paar bunte Farben, hörst ein bisschen Musik und alles ist gut. Und ja, es ist immer höchst fragwürdig, wenn man Technologie, mit der man sehr viel Schindluder treiben kann, mit der ein voriges Regime auch schon sehr viel Böses angerichtet hat, auch in der Light-Version in nicht ganz durchsichtige Hände gibt. Also da wurden einige seltsame Assoziationen in meinem Kopf wach. Für jeden, der sich ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzt, der weiß, was ich meine. Oder vermute ich mal, dass ihr wisst, was ich meine. Ja, es ist immer problematisch. Gerade, gerade wenn es dann nur eine abgespeckte Version von etwas grausamem ist. Ich habe online hier und da Verweise gelesen, dass manche Zuschauer meinten, es erinnerte sie an 1984 fast schon. Ja, ja. Interessanter Vergleich kam mir jetzt so nicht, aber hat was zu der Big Brother Vergleich. Da kann man auch wieder so ein bisschen streiten mit der Unterwanderung der Neuen Republik. Wer genehmigt das, dass da solche Apparaturen immer noch im Einsatz sind und man, okay, diese, man kann sich die Technologie vielleicht ja hier und da abkupfern, wenn die einfach modern ist oder man kann Wissen draus ziehen, das von mir aus. Aber das Ding lasse ich nicht eins zu eins im Einsatz und nur mit einem Stromregulator vielleicht noch ausgestattet, sodass da halt wirklich das Schlimmste passieren kann, wenn du es mal unbeaufsichtigt lässt. Ne? Ja, zumal, wer sind die Leute, die mit diese neue Republik gestaltet haben und da eigentlich auch sehr große Rollen bekleiden sollten, also am Anfang dieser Neuen Republik, wo wir uns ja hier in der Timeline befinden, nämlich eigentlich schon Luke, Han und Leia. Und insbesondere Leia, die ja da eigentlich ganz groß in der Politik mitmischen sollte, würde sowas niemals gutheißen. Und die anderen Leute, die wir aus der Originaltrilogie kennen, die dann hier diese neue Republik gestalten eigentlich auch nicht. Also da sind wir wohl schon an einem Punkt, wo sich die vertrauten Figuren mehr oder weniger zurückgezogen haben und die shady Politiker alles übernommen haben, die lächeln, großes Versprechen und dann doch eben das tun, was sie immer tun. Ja, also das ist dann immer so diese schwierig, wenn man die, die es nicht mitgemacht haben, die neigen immer so ein bisschen dazu mit diesem Ganzen, was dann passiert ist, zu liebäugeln. Also wenn du jemanden verantwortungsbewussten wie Lea hast, die ja noch in der Politik war, die hätte das unter deren Aufsicht wäre das niemals durchgewunken worden. Bestimmt nicht. Könnte ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und dann hast du halt diese, ja, Zitat Kanzler Palpatine, Auftritt der Bürokraten, die wahren Herrscher dieser Republik. Zitat Ende. Also Leute, die das vielleicht noch irgendwie spannend finden oder sich denken, ja, wir haben dies denn gemacht, die haben ja auch da mit so Erfahrungen, oh, wie könnte das denn bei uns funktionieren, kann man da nicht einen Mittelweg finden. Bestimmt ja, aber ich finde sowas immer höchst problematisch, gerade wenn's, wie gesagt, du hast da so ein, so ein kleines Foltergerät da stehen und es ist nicht wirklich entschärft, das ist noch immer brandgefährlich. Also wenn ich den elektrischen Stuhl nehme und ziehe ein paar Kabel weniger raus, dann ist er trotzdem immer noch brandgefährlich, vielleicht nicht mehr tödlich, aber ich würde mich trotzdem nicht draufsetzen. Genau. Dr. Pershing ist das vollkommen bewusst und so kommt es dann auch. Denn Kane kommt in den Raum und erhöht sogar noch die Spannung und brutzelt ihn komplett weg. Ja. Jemand steht daneben von der Republik und sagt, dass er sehr stolz ist auf ihre Arbeit, was auch sehr, sehr suspicious ist, und sagt, da ist viel Schlechtes bei rumgekommen, aber sie, sie sind wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass aus sowas auch Gutes entstehen kann und da sollten wirklich die Alarmglocken anfangen zu schlagen. Also da kann man auch wieder so, entweder ist er wirklich so blind und denkt sich, ja, die wurde jetzt als Spion auf diesen bösen Bord der Pershing angesehen und hat ihn entlarvt. Die ist eine Heldin für die Republik oder, ja, sie sind ein Beispiel, es gibt doch noch treue Imperialisten hier. Obwohl wir den Krieg verloren haben, ist doch, ähm, uns kriegt man nicht ganz unter, so nach dem Motto, das schwimmt da so ein bisschen mit. Ja, ich fand das halt ziemlich merkwürdig, weil wir geben dieser Storyline so viel Raum in dieser Episode und am Ende hast du wirklich mehr Fragen als Antworten. Warum wurde das so gemacht? Warum wurde er verhaftet, nicht sie? Für wen arbeitet sie jetzt? Wer zieht da im Hintergrund die Fäden? Es ist ein interessantes Setup, nur das hätte man auch haben können, ohne den kompletten Mittelteil der Episode mit den beiden zu verbringen. Also das, da hat es mir dann doch irgendwie an Excitement und Spannung gefehlt, als dass ich das so rechtfertigen könnte. Aber das Setup, mit dem wir diesen Handlungsstrang verlassen, war interessant, nur die eigentliche Umsetzung des Handlungsstrangs an sich für mich nicht. Ja, es wirft halt die Schatten auf die First Order schon, auch weil wir ja vorhin über Klontechnologie gesprochen hatten und es lässt ja auf jeden Fall ein paar Vermutungen zu, dass es bei dem Diebstahl dieses mobilen Labores über Klontechnologie geht und wir wissen ja, wie so den neuen, wer sich da hat klonen lassen oder was da geklont wurde. Wow, ja. Dunkle Schatten, dunkle Ahnungen. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Foreshadowing sein könnte. Anführungszeichen. Ja, mal ehrlich, das müssen die einfach tun. Weißt du, es ist ganz einfach auf den größten Fehler der Sequel-Trilogie zu zeigen. Die Sache, wo sich wirklich alle die Haare ausreißen konnten. Die Sache, die einem einfach so dahin gekletscht wird, ohne einen Hauch, eine Ahnung von einer Erklärung. Der dümmste Satz in der Sequel-Trilogie. Somehow Palpatine returned. Ich, ich konnte es nach wie vor nicht glauben, nach dem ersten Kino-Besuch, dass die dafür nicht mal ansatzweise irgendeine Form von Erklärung abliefern. Ja. Und das sind jetzt die Storys, die da vorspielen, einem schuldig. Das müssen die einfach. Schon. Das wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn man da mal jetzt endlich ein bisschen Fleisch zu kriegen könnte, weil sonst hast du da einfach nur so ein loses Ding. Ja, wir hatten eigentlich nie wirklich eine Idee und mussten uns was aus den Fingern saugen nach Episode 8 und herausgekommen ist dann das, was wir Episode 9 hatten, dieser LSD-Trip da, wenn gefühlt ein ADHS-Kind auf Crack dann, wir sind erst dann und dann passiert das und dann müssen wir darüber springen und dann ist das passiert und du da bist und bitte was? Das gucke ich mir gerade an. Ich habe es damals schon gesagt, Episode 9, da sollte am Ende stehen Directed by the Internet oder Directed by Reddit. Ja, bei Reddit trifft es ganz gut. Ein wildes Potpourri aus Fanservice und Wiedergutmachung und dies da rein und das da rein. Ja, es wirkt wirklich wie von einer Person mit einem Plan geschrieben. Das fällt auch jemandem auf, der nicht so versiert ist. Merkst halt wirklich, dass sie nie mit einem Konzept daran gegangen sind. Aber gut, das scheuen sie ja hier Götter sei Dank zu haben. Ja, 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 es tut sich was und wie gesagt, Setup an sich interessant, nur halt kommt ein bisschen aus dem Quark damit. Ich will jetzt wirklich hier mal sehen, was ihr da anzubieten habt. Ja, und damit war es das erst einmal und wir kehren zurück zu Din und Bo, denn die landen da an dem einzigen Ort, wo man sich hätte denken können, wo sie landen. Den Ort, den wir in der Setup-Szene, der Staffel-Premiere gesehen haben, als da dieser neue, junge Mandalorianer eingeschworen wurde, aber sie unterbrochen wurden von der Attacke des Riesen-Krokodils. Sie landen dort auf diesem Planeten. Wurde der Name dieses Planeten eigentlich genannt? Ich habe ihn jetzt nicht auf dem Schirm näher. Also, mir ist er gerade nicht geläufig. Ja, ja, überhaupt nicht gerade. Sie landen jedenfalls dort und werden nicht sehr höflich empfangen, denn der Mandalorianer, den Jaren gilt immer noch als Abtrünniger. Bo-Katan können die sowieso nicht leiden, weil sie ja den Kot ganz anders ausliegt als sie. Aber er sagt, halt, Moment, ich habe mich reingewaschen in den Minen von Mandalore und ich kann es beweisen. Hier ist ein Behälter mit dem besagten Wasser. Sie bekommen dann jedenfalls Einlass. Er, die Anführerin der Mandalorianer, schüttet diese Flüssigkeit in einen Behälter und es ist der Beweis und den Jaren ist vergeben und der gehört ganz offiziell wieder zur Creed und auch Bo-Katan wird in die Creed aufgenommen. Eher widerwillig, sie sagt, ich mache das aber nicht so wie ihr und sagt, egal, du hast in den Wassern gebadet, du hast deinen Helm nicht abgenommen, du bist Teil der Creed und sie sagt erst mal, okay, cool, neue Verbündete. Ja, und sie sagt aber auch, also unsere Schmiedin, die ja offenbar hier das zu sagen hat, du kannst auch gehen, wenn du möchtest, keiner hält dich auf, aber solange du hier bleibst, kannst du hier dieses Versteck nutzen und bist Teil unseres Clans, was ich eigentlich auch, ja, ist fair enough, solange es sich an die Regeln hält, kann es auch bleiben. Ja, das ist so wie, du bist gerade neu an der Uni und wirst in irgendeine Studentenverbindung aufgenommen, weißt noch nicht, ob du mit den Leuten was anfangen kannst, aber hey, erst mal ein neues Team. Herr mit der Bierbong. Partys. Und die Paddel. Oh, das Paddel-Ritual, ja, mit verbundenen Augen, okay. Würde mich nicht wundern, wenn die Mandalorianer sowas hätten, aber das wäre zu abartig. Das passiert nach Feierabend, wenn sie dann die Steinmetz-Party feiern, so wie in Simpsons. Richtig, wir haben auch ihre eigenen Vorstellungen von Spaß, aber die kriegen wir nicht zu sehen. Die sind so creepy. Dunkle, dunkle Geheimnisse, wer weiß, was die in ihren Dungeons so treiben. Ja, ich meine, die leben ja nicht unbedingt, genau, die Mandalorianer haben ja nicht irgendwie diesen Kodex der Jedi, dass die mehr oder weniger wie Mönche leben. Nö. Das wurde nie gesagt. Die können sich amüsieren, prächtig amüsieren, wenn sie wollen. Ich denke, das werden sie auch tun. Die, die, die wirken jetzt nicht so, so ein trauriger Aufen wie die Jedi. Also ich bin sicher, die wissen den, den Spaß an manchen Sachen zu nutzen. Ja, die dürfen den Helm nicht abnehmen, dafür aber alles andere. Zwinker, zwinker. Ja, gut, sind wir ein bisschen bei Ice White Shot, ne, leiten wir die Masken auf. Oh nein, jetzt habe ich ein Bild im Kopf, was hast du nur getan? Die Ice White Shot Party mit Mandalorianer Helm, das darf doch nicht wahr sein. Ich male mit Worten, was ihr da mitmacht, ist eure Sache. Die Bilder, die ihr euch baut. Oh mein Gott, ist ja, nee, zu der Party will ich keinen Zutritt, tut mir leid. Gut, und das war's. Die Fronten wurden geklärt, Ba ding, Abspann. Ja, also, wie gesagt, eine Menge interessante Themen, die hier aufgeworfen wurden, aber, dass man sich gesagt hat, wir liefern Spektakuläres am Anfang und am Ende und für diese neuen Entwicklungen hier drosseln wir in der Mitte mal komplett das Tempo und lassen euch glauben, das ist eine völlig andere Serie. Hätte man runder machen können, irgendwie. Ja, wie gesagt, es wirkt ein bisschen wie eine Pilotfolge zu möglicherweise einer Parallelserie, wo man entweder den Ausstieg in den First Order beflügeln möchte oder zumindest die Unterwanderung der neuen Republik eben beleuchtet. und es wirkt ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ja, in der Tat. Aber ich habe das Gefühl, das war jetzt eine einmalige Sache und wir kehren wohl nächste Woche zurück zu Altbekanntem und Vertrautem. Also, die Serie wird jetzt nicht einen auf Boba Fett machen und Mando für zwei Episoden verschwinden lassen und auf einmal ganz andere Bücher aufschlagen. Das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Da hoffen wir es mal nicht. Boba Fett fing ja okay an und zog sich da ein bisschen und wurde dann erst mit dem Erscheinen von Mando dann wieder, wo man sagt, okay, es hatte wenigstens Mando und es hat wieder dazu geführt, dass Krogo und Mando sich wieder getroffen haben. Also, von daher alles gut. Bei der Serie ist man ein bisschen versöhnter. Aber, ja, mal gucken. Die Zeit wird es zeigen. Mal schauen, wo sie uns noch hinführen in den nächsten Episoden. Ja, ich erinnere mich da an einen Moment aus dem Trailer, wo Mando mit irgendjemandem spricht, den wir vorher auch schon mal gesehen haben. Ein Politiker oder ein Geschäftsmann an der Seite von Greef Karga und der sagt dann irgendwie, da ist irgendetwas Großes, was passiert und bis es zu dir vordringt, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Der Satz ist aus dem Trailer bei mir hängen geblieben. Das muss irgendwie damit zusammenhängen, was wir da heute gesehen haben. Es ist schon ein bisschen schade, dass dann der große Twist, wenn es nur auf die First Order hinausläuft. Also, weil wir halt die Konsequenz kennengelernt haben, was daraus wird und tut mir leid, First Order, das ist Spaceballs, das kann ich nicht ernst nehmen. Das soll dann so die große, der groß uneinvolle Schatten sein. Das ist, nee, da ist es mir eigentlich schon fast zu schade, wenn das so der große, der große Endboss, wenn alles darauf hinausläuft. Klar, irgendwie muss es darauf hinauslaufen, weil wir eine neue Trilogie haben, die darauf an abgezielt ist. Aber dafür ist so das, was sie da beimischen, im Moment schmackhafter als den Kuchen, den wir schon zu geschmecken bekommen haben. Weißt du, furchtbare Dinge tut, während Palpatine natürlich im Hintergrund die Fäden zieht und sich diesen Rang als Anführer der Ersten Ordnung einfach auch redlich verdient. Weil du hast, du blickst nur auf die Sequel-Trilogie und das ist ja ein Witz, wirklich. Du siehst Snoke als Hologramm, dann siehst du ihn in person und er wird von Kylo Ren in der Mitte durchgeschnitten und dann erfährst du darauf, er war einfach nur ein Klon, den Palpatine vorangeschickt hat. Das ist lächerlich. Deswegen gerade könnte man das irgendwie funktionieren lassen mit dem Aufbau der Ersten Ordnung, wenn man sich jetzt auf die Entstehung und die Machtergreifung von Snoke konzentrieren würde, meiner Meinung nach. Wenn der Charakter mal ein bisschen ausgefleischt wird, sofern er mal ein paar Züge bekommt, dass wir auch mal ein Gefühl dafür kriegen, dass er mehr ist als nur ein schwätzender Stuhl. Eben, genau. Und einfach auch einen besseren Auftritt hinlegen darf, als da zu sitzen in einer Robe, die irgendwie an den Hugh Hefner Morgenmantel erinnert. Das ging wirklich gar nicht. Gut. Und damit sind wir am Ende dieser wirklich irgendwo interessanten, irgendwo enttäuschenden, irgendwo aber doch weiterhin neugierig machenden Episode. Es darf weiter gerätselt werden und spekuliert werden. In der Tat. Aber wir haben noch kein Furschidding auf die nächste Folge bekommen. Von daher lassen wir uns doch mal überraschen, was wir kriegen. Genau. Das ist auch irgendwo interessant. Wir haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Ist es auch mal ganz nett, wenn man eben völlig blind in die nächste Episode so gehen kann. Wir haben so ein Status Quo wieder erreicht. Genau. Mando ist reingewaschen, sein großes Manko wurde bereinigt, Bukatan ist jetzt Teil der Family und wir sehen dann, was der nächste Auftrag ist, was mit GroKo passiert, spielen die Jedi eine Rolle und war das heute oder beziehungsweise gestern in der Episode ein Ableger? War das eine einmalige Sache mit dem Beleuchten um Hintergründe, um verschollen geglaubte Charaktere? Wir werden das sehen. Werden wir sehen, ganz genau. Gut, Torben, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich danke dir auch. Hoffe, wir hören uns bei anderen Recaps in Zukunft dann auch mal öfter? Ich denke doch. Da wird es mit Sicherheit noch ein paar Gelegenheiten geben. Wundervoll. Und ich bedanke mich bei euch allen für das Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit dem nächsten Recap und bis dahin, das ist der Weg. Möge die Macht mit euch sein. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Andi.